Was ist denn das hier eigentlich für ein Scheißsystem? Jedes Jahr verlassen 50.000 SchülerInnen ohne Abschluss die Schule. Bis 2035 fehlen 160.000 Lehrkräfte. Über 300.000 ErzieherInnen fehlen schon jetzt. Soziale Krise, Klimakrise und jetzt noch Bildungskrise, das ist Bombe. Am 23.09. gehen wir überall in Deutschland auf die Straße. Weil wir ein gerechtes, inklusives und zukunftsfähiges Bildungssystem für alle haben wollen. Bildungswende jetzt! Wir schließen uns zusammen, weil alle Kinder ein Recht auf gute Bildung und gleiche Chancen haben. Wir fordern von der Bundesregierung und den Regierungen der Bundesländer. Kitas und Schulen müssen inklusiv und zukunftsfähig werden. Dafür brauchen wir eine Ausbildungsoffensive für LehrerInnen und Erzieher. Und mehr Kohle. Wir fordern ein Sondervermögen Bildung für 100 Milliarden Euro. Wir wollen mitbestimmen, deswegen fordern wir ein Bildungsgift auf Augenhöhe. Ich gehe am 23.09. auf die Straße. Denn genug ist genug. Ich bin dabei, weil Bildung geil sein könnte. Ich bin dabei, weil ich nicht länger tatenlos zusehen möchte. Und du? Komm zum bundesweiten Protesttag am 23.09. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.